Was meinst du, warum ich die ganze Zeit so lange aushalte? Weil ich im Honig abreiche. Profilgräber. Viergräber kann ich dann schon mal wieder tunen. Äh, ne. Oh, bist du kacke. Oh, neue Leiche. Es könnte sein, dass das einer ist, den ich noch nicht bearbeitet habe. Die letzte Leiche. Dö, 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 dö. Boah, bist du scheiße. Warte mal, ich brauche noch was. So, jetzt. Tö, dö, 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 dö. Ganz ehrlich, habe ich mir ganz nötig mittlerweile aufgebrochen? Ich glaube, ja. Oh, nee, oh, Alter, das ist auch manches Mal so. Zack. Ups. So. So. Hey. Also, ich spiele da schon wieder. Jetzt. Gut. Do. So. Und. So. Okay. Was. Okay. Oh, okay. So. 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 dann exhumieren wir dich mal bist nur hundertprozentiger also dürftest du keine von meinen sein ja ist keine von meinen also machen wir eine fettabsaugung und eine blutkur und haben wir eine fantastische leiche so einfach geht das leute mal jetzt noch mal kohle dafür kriegen würde weil ich hineinbrille tatsächlich bestattungsurkunde es ist so geil ich kassiere doppelt wieder ein sechser dich muss ich austauschen ich muss ich austauschen du bist aber nur scheiße du auch klapp dich werden wir noch mal ausgraben habe ich voll ja du bist keine von meinen wieder so eine hundertprozentige die lag da schon und verwitterte schon fast auch noch mal entfetten entfetten das ist gut entbluten lassen schon haben wir wieder eine wundervolle leiche wenn das mal wirklich so einfach wäre was wird denn schlacken es ist einfach wenn man es einfach macht hey noch eine gepumpte leiche wie geil so du bist scheiße du kannst nix was fehlt eigentlich an dir und ich weiß dass ich dich glaube ich hier reingegraben habe müsste ich dich doch eigentlich gleich noch mal rausholen erst noch muss ich mal den rest da weg bringen ich wollte noch ein paar mürchen reinpacken damit ich noch ein paar leichen bekomme meine frau tötet und tötet und tötet und nix kommt an ja deswegen ja ach ne nicht dort ich muss doch da ran nee 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 da war jetzt mit dem holzkreuz Was? Was war das? Noch an dem? Nö, ich hab hier nur Steine. Nee, kann ich nur herstellen. Ja, ich hab hier. Ja, ich hab hier. Oh, 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 oh. Wann der was? Ach da, unten. Ja. Ja, falsch rum geguckt. Brennholz. Ja, 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 ja. Das hatte ja Flodermors gesagt gehabt. Brennholz, Brennholz, ja, ja. Da, da 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 da. They needed to disease. Hmm. Come on, come on. Ich habe keine Schmatte mehr. Ich habe keine Schmerzen. Ich will dem Esel wieder etwas vorbeibringen. Liefer mir die Ware. Liefer mir die Toten. Ich habe keine Schmerzen. Was mache ich eigentlich aus diesem blöden Maden? Ich habe keine Schmerzen. Ich habe keine Schmerzen. Ganz sehr schön. Oh cool. Energieträger. Auf zum Plattenspieler. Oh Junge, du willst schon wieder schlafen? So viel Zeit ist doch gar nicht. Oh komm, wir gehen einmal schlafen. Der muss bei mir aber auch ackern, der hier Typ. Ja, ich fühle mich so erfrischt. Und weiter. Langsam kann ich mich an Punkten totwerfen. Sobald ich anfange wieder etwas auszugeben, habe ich nichts mehr. Oh, mach weiter. Mein Doppelter Espresso reicht bei dem nicht. Es muss ein Dreifacher sein. Weißt du, damit er überhaupt dran Ding weiter zu machen, ja? Man, so viel Mehl, ey. 92 mal Teig. Das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Hey. Das ist hart. Ich habe jetzt viel geknetet. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, ich glaube, ich habe hier nicht drin. Warte mal, war das hier, ne? Ja. Leiche ist da. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so freudig ist, wenn eine Leiche kommt. Gut, dass ich nicht freudig erregt bin. So, kann ich erstmal wieder brutzeln. Und die Schütze. Ach, warte mal, ich wollte mir noch was mitnehmen. Jetzt habe ich doch wieder keine Energie. Ich habe keine Brötchen mehr? Doch, ich wollte schon zu Arschen. So, meine Leiche, jetzt komme ich. Ne, Knoblauch kannst du hier nicht anbauen, aber du musstest es fressen. So, mal gucken. Bist du eine gute Leiche oder eine schlechte Leiche? Du bist eine scheiß Leiche. Boah, der will schon wieder schlafen. auf meine Fresse noch eins. Er hat doch noch nicht mal so viel gemacht, wie er machen kann. Wird der dann vor Ort und Stelle oder? Also, nun meine Energie. Ah, okay. Hey, so geht meine Energie dann irgendwann komplett runter. Ah, okay. Mann, was für ein voller Sack. Aufstehen. Morgenstund hat Gold im Mund. Ich muss doch schon wieder zu denen, ey. Ups. Kann man eigentlich ein, ein Zombie wieder zu einem, äh, nicht Zombie machen, sondern normalen Leiche? Oder kann man, kann man einen Zombie vergraben? Ich komme auf Ideen, ey. Was ist gut für die Ordnung? Bis morgen. Florian, wir haben es nie probiert. Aha, ich habe was gewonnen. Aha, ich will meine komischen Ideen, ey. Okay. Ihn zu, entzombinieren. Das ist ein Wort, ey. Boah! Kann er wenigstens seinen Scheiß da noch austragen. Ich schwöre es euch, ich mache es verkehrt rum, oder? Nein, ich habe es richtig rum gemacht. Mann, bin ich gut. Also ich weiß ja, nee, verkehrte Tasse. Ich weiß ja, dass ich hier zwei Rote entfernen kann mit der Stufe 3. Dann mache ich da Minus und da wieder Plus. Damit mache ich zwei Rote weg, dunkle Injektion. Mit Gold Injektion mache ich zwei Weiße dazu und zwei Rote davon weg. Destillationswürfel Stufe 2. Alchemische Werkbank für Zombies. Zersetzertisch für Zombie. Auferstehungstisch haben wir ja, das haben wir ja auch. Zersetzertisch. 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 Vielen Dank.